Hallo, hier ist Frances Herdes. Herzlich Willkommen zum 14. Teil von 4 Monaten, die dein Leben verändern. Heute zeige ich dir, wie du Stress loslassen kannst und wie du dich erden und entspannen kannst. Und zwar mit der duftenden Ölmischung Stress Away. Gerade am Wochenende, wenn du wirklich Zeit für dich hast, für deine Lieben, für das, was du am liebsten machst, dann kannst du sehr, sehr gut entspannen und abschalten, wenn du dir einfach so einen Tropfen Stress Away nimmst. Und dann gehst du auf Kurzurlaub. Und dann kannst du den Duft von Limette, von Copa Iba, Lavendel, Vanille genießen. Das ist eine wunderbare Mischung, die dir hilft, einfach mal abzuschalten, einfach mal ein bisschen runterzufahren, in deiner Mitte zu sein. Denn oftmals, wenn wir uns vornehmen, gerade auf dem Sonntag, oh, jetzt heute schalte ich mal so richtig ab, heute denke ich mal nicht an die Arbeit oder nicht an das, was ich noch tun will, gerade dann in dem Moment kommen ja viele Gedanken. Und solche Ruhezeiten sind ja auch toll, dass wieder neue Ideen kommen können. Aber manchmal ist es eben auch schön, wirklich mal alles loszulassen und einfach mal in die Karibik, nach Hawaii, in den Sommerurlaub abzutauchen. Und das kannst du mit der Mischung Stress Away sehr, sehr gut machen. Mich erinnert immer die Vanille. So richtig schön an Gemütlichkeit. Nicht nur unbedingt an Sommerurlaub, sondern auch Gemütlichkeit zu Hause. Limette ist so ein gutes Launeöl, was dich so richtig in die Sonnenenergie bringt. Also eine richtig schöne, runde, entspannte Wohlfühlmischung. Und dann eine zweite Mischung, wenn du möchtest, das ist die Ölmischung Grounding. Grounding erdverbunden, da habe ich gestern Abend einen tollen Film auf YouTube geguckt, der heißt The Grounded, wenn ich mich richtig erinnere. Und da geht es darum, wenn du mehrere Minuten, ich glaube es waren 15 oder 20 Minuten am Tag, wenn du da wirklich barfuß gehst, mit beiden Füßen auf der frischen Erde, also nicht auf dem Asphalt, nicht mit Gummisohlen dazwischen, sondern wirklich barfuß, dann kannst du dich wunderbar erden. Und dann nimmt dein Körper, dein Energiefeld diese negativen Ionen von der Erde auf und dein ganzer Körper kann so richtig in Balance sein und sich so richtig mit neuer Energie auftanken. Ja, das ist ein toller Film. Und dazu gibt es natürlich passend auch die Ölmischung Grounding, die heißt erdverbunden. Und gerade wenn du dein Morgenritual oder dein Abendritual hast, kannst du super den Tropfen Grounding nehmen, den auf deine Fußsohlen auftragen und auf deine Schultern auftragen und dann einfach spüren, wie du mit Mutter Erde verbunden bist und wie du mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehst. Gerade viele Menschen, die mit den Gedanken an ganz vielen Orten sind, die von einer Idee zur anderen springen, aber nicht so richtig umsetzen, denen tut die Erdung so richtig gut, dass sie wirklich die Füße auf den Boden bekommen, dass sie ein bisschen mehr zu sich selbst kommen, ein bisschen geerdeter sind und dass sie vor allem diese vielen guten Ideen auf fruchtbaren Boden bringen können. Ja, Grounding hilft dir auch wirklich, deinen festen Stand im Leben zu spüren, deine Verwurzelung, dass du aus dir heraus die innere Stärke, die Sicherheit spürst, dass du, ja, einfach so auch auftreten kannst und dich so fühlen kannst. Also das sind zwei Öle für einen entspannten Sonntag oder wenn du zwischendurch einfach in deine duftende Oase kurz abtauchen willst für ein paar Atemzüge und dann den Rest des Tages einfach so schön entspanntes Grundfeeling genießen willst. Ja, wie immer, wenn du mal reinschnuppern möchtest, das finde ich immer das Schönste, einfach diese Düfte mal auf sich wirken zu lassen, dann schick mir gerne eine E-Mail an herdes.oetq.net, dann tropfe ich dir Stress Away und Grounding auf eine schöne Karte und schicke dir duftende Post. Und du bist auch herzlich eingeladen. Heute habe ich eine spezielle Seite für dich, weil wir ja heute schon beim 14. Teil von den vier Monaten, die dein Leben verändern sind. Heute lade ich dich herzlich ein auf meine Seite lebeduften.de Schrägstrich Starterset Premium denn da findest du die zwölf wichtigsten Ölanwendungen, die ich dir in den letzten 13 Videos gezeigt habe. Die findest du dann nochmal in der Übersicht, sodass du schnell und einfach finden kannst, hey, welches Öl war nochmal für die Reinigung auf allen Ebenen, welche Anwendung ist für den entspannten Kiefer, welche Anwendung ist für die innere Stärke und Ausrichtung, das findest du in der Kurzform auf meiner Seite lebeduften.de Schrägstrich Starterset Premium Also viel Freude beim Ausprobieren, beim Anwenden, beim Genießen. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne. Und ansonsten wünsche ich dir einen richtig schönen, duftenden Tag oder Abend.